Spiel Ich wollte mir grad Dora holen, aber es hat nicht funktioniert Ich hab's gemerkt Ja, Mirko? Bist du jetzt, bist du noch feucht von der Dusche? Achso Weil, naja, wir kriegen ja auch voll zu hochschneiden oder voll zu Sachen, eher gesagt Bitte wiederbeleben! Ja Aha Letzte Runde, richtig zu lange So So, richtig hart, boll Das ist fette Nachschiefe Seid aber Toi, Jungs Kann mich wer reanimieren? Ja Aha Ich Aha Wieso reden wir da von Duschen und solchen Sachen? Oh Wieso? Ich nehme nichts mehr Ich bin nur noch Ich nehme nur noch wo seid ihr alle? Matze stimmt grad vor dem Stück, sinnfreu Wir realisiert noch damit nicht, die sind die Geheuer Wo bin ich? Ich kenn mich doch nicht so aus Bei wem ist es so umsieht man da nicht so Samy nicht so weit vor Ich wüfte Ich geh hier an die Säune Ihr seht so weit weg John! John, lauf mit mir mit! Nein! Oh, ich hab überlebt, ich lebe! Ich schaue, ich lebe auch und bin hinter dir Ich hab auch überlebt Oh, das ist so Sehr gut, Junge Jetzt kann ich euch rein Hena! Nein! Hier! Schnell dich mag spawnen bei euch, lebt sie noch? Ja Ja, schon lebt sie Ihr müsst zu dieser Rolle hier nicht mehr aufhören Ich lasse auch gerne nach hinten und dann ist man schon wieder tot und dann gleich noch mal hin Boah! Scheiße! Danke Und wieder tot Das ist der Typ Jungs einfach Bescheid sagen, wenn ihr irgendwo dort rumliegt Juche Ich nehme jetzt die 2 und wäre dann freundlich hier auf mit dem rechten Löffel reinziehen Ja Zwei 3 zu einem bei uns Shit Warte Ich hab ihn kaputt gemacht Sie sind weitergerannt Ich bin selbst tot John ja wir holen uns die 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 man Mann warum heizt du mein Squad Mitglied du Arschloch ich krieg doppelte Punkte dafür dich lasse ich hier wieder Sam ich bleib hier stehen ok das so da sind gerade wieder nur viele also bei den Granaten mehr vertreten was kann man mit den Minen machen mit welchen was war das ach ich hab mich selbst mit einer Granate umgebracht ich habe eine Mühle dahin gesetzt Achtung nicht an Eingang gehen könnte eine Fahrzeugmühle sein hm funktioniert die vielleicht nicht ich habe mich selber getötet das ist schön ich bin mit Manchester bei A hallo no 2 no 2 no 2 3 no 2 no 2 no 2 no 3 no 3 no 3 no 3 wir geben jetzt in den Schnee spazieren ja hier ist nur grad ein Feind oh nein Spiele machen mich irgendwie das kennt ich einfach dauerhaft tot die sind jetzt 10 km weiter hinten bei euch und die kommen alle die Treppe hochgeschissen hochgeschissen Alter neiiiiiii... was ist das denn? pack, bin tot neiniih ich wollte dich wieder realisiert und machen nein 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 nicht wird's was denn ich bin jetzt endlich mein Battle Pack Claymore Das ist ne Mino-Person. Ach, die ist mit den Bändern? Ja. Dann hab ich die Richtige genommen. So. Ich mach damit nämlich jetzt ein paar Eingänge dazu. Hilfe! Wir sind hier alle! Was ist das für ein komisches Gestöne? Eigentlich auch gar nicht. Ich glaub, Semis Eltern sind vom Essen zurück. Ge-Bitte! Wie lang geht das Spiel noch immer ewig? Ja, von hinten! Ich kann mir bitte damit aufhören. Der John hat nicht gut drauf. Nee, das nervt einfach nur mega. Du bist langweilig schon. Außerdem war ich heute den ganzen Tag noch nicht am Klo. Scheißen? Nein, Lulu! Groß oder klein? Lulu! Ich geh mal bronzen. So kann man's auch nennen, ja. Haribo, warte mal vor. Haribo-lisches Name. Okay, du kannst weiter. Die schnellste Laus von Haribo. Mist! Gut, ich bin mal kurz pink. Los- WerDE Wer springt uma 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Töte alle mit einem kleinen dünnen Penis damit steche ich alle höchstens Augen aus ja drei Millimeter Kampfstaffel eingefahren wo kann ich diese Battlepacks jetzt öffnen MH-Menü Tod ihr alle weg? Haribo, ich schaffe es noch Ja! Verweck jetzt! Mann! Neben uns! Warum? Warum eigentlich nur Lackierungen? Weil das so ist Aber das ist doch voll geil ne Lackierung Davon hätt ich eigentlich eine Wukerpasse Was hab ich von den Ich hab einen ergonomischen Griff gefunden Cool Für deine erogene Zone? Äh ja Aber nie Alter Sie war ein Fuscher Oh er ist schon tot Ist auch noch ein Toter Spät Spät Haribo da hinten bist du Was hieß mit diesen Boosts da eigentlich? Ah Da kommt mehr Punkt Achtung da kommt einer Da kommt einer Ah du bist schon tot Du bist schon tot Haribo Haribo ist tot Haribo lebt Jawoll, danke Ach du, wer ist da hinten? Ja Wir hinten sind überall Leute Da wollen wir eh mit Kämpfen Wer hat da den Fernseher laufen? Leko Ähm Leko Haribo Haribo, wo bist du? Ah da Ich bin einfach weiter gerade ausgerannt Gerade Okay Haribo du deckst vorne und ich decke unten Haribo ist wieder weitergerannt Ich steh hier überall Alles voller Feinde Und hält Von rechts kommen sie Nein Ich dachte ich Alter wie viele das sind Ich hab endlich mein Battle Pack Bitte bitte nacht sich gerät Weißt du, Haribo? Ja Du ist Battle Lock Ich mach jetzt mal meine ACW eher das erste Oh ne Mann, ey, wie dieses Wollen wir mit Wagner? Cool Flasermisieren will ich auch mal Ich hab eine Flasermisieren Ich hab eine Flasermisieren endlich krank Die Flasermisieren Die Flasermisieren Eine neue Leuchmode Das ist in dem Wald Mann Mann Was und studieren aber ich habe zu dir das hat mich gleich wiederbelebt da kommen die mich hat nur viele durch was ist verweckt Bleib mal hier, okay? Nein, fast. Jetzt lösen wir es wieder. Ja, fuck! Ja, fuck! Danke! War halt andere. Ah, der lebt! Okay. Mist, ich habe keine Muni mehr. Das ist nur für Havor. Hä, wo ist... Wo ist John? Wo ist John? Wieder beim Durchgang von ihm. Aber nicht mehr in unserem Squad. Doch. Er ist noch. Er hat mich grad mega erschrocken irgendwie. Ja, Haru, du kommst nicht. Er schlagt dir da nebenan. Nein. Ja, ich hab dich da. Ja, ich hab dich da. Ja, ich hab dich da. Ich hab mich grad mega erschrocken irgendwie. Das piept da so. Das piept da so. John. John. Ja. 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 Ich muss 200 Meter entfernen. Ja. 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 Ich bin hier noch ein paar Meter weit weg von hier. Okay. Ich bin da. Okay. Okay. Ich hab eine neue Waffe, eine SW-53. 3. Cool. Und ich bin schon wieder tot. Wo liegst du? Da hinten. Granate! Pass auf! Hey Matze! Nicht übertreiben. Ich bin in der Warteschläge. Warum? Bist du ausgestiegen? Es hat sich abgebrochen. Keine Ahnung. Ach, ganz knapp. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Nein. In der nächsten Runde werde ich mal meine neue Waffe ausholen. Position 11 von 12. Seid ihr wahnsinnig? die die ausgestiegen? Aaggressiv! Haribo! Darin darf ich gehen. Darin darf ich rennen. Da muss ich nicht Mischaochen gehen. ich geh mal nach vorne oh mein Gott, bin ich von spät ich geh mal hier ein bisschen auf ach und hier oben bisschen auf lieber Herr Harn das ist eine gute Frage ich hab's auch noch nicht hier ausgefunden wir haben gerade Einsatzziel Charlie neutralisiert Super Sammy ja ja falls du das weißt trotzdem gut gemacht so erst mal eine rauchen ist schon aus ich muss jetzt mal gucken wie viele Punkte ich gemacht habe in der Runde ich bin der 16 endlich Stufe 27 Position 7 von Edel persönlicher Rekord 61 Pils 61? ja da hätte man einen Spot aufmachen Alter durch alle Ordensbänder bekommen warte warte oh mein Gott ich lese doch nur was ich freigeschalten habe warte ein Rohkung Visier für die 20.600 geil okay ein Rohkung Visier ein Netafake ein Laser Visier Alter ich bin aufgestiegen Bronze was hast du 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 ich hab grad einen fahren lassen und mein Hund hat sich erschreckt naja das im ich bin die die ich jetzt schon mal neu was m er er ich muss schon den Du kriegst ja nicht nur Sachen für deine Waffe. Ich verstehe das Laser-Visier nicht, das verrät einen, du meinst nicht voll. Ja, aber da hast du ein besseres Hüftfeuer. Was ist Hüftfeuer? Was bringt das? Ohne Zielen schießen. Wir kontrollieren jetzt ein, das Ziel einfach. Ja, okay. Also besser als Zielgenauigkeit, wenn man so... Ja, ist dann präziser, wenn du aus der Hüfte schießt was. Okay. Also, ihr ganz praktisch. Weil ich lass die manchmal extra ab, weil ich das Gefühl hab, dass die versinnen müssen. Kannst du ausstellen, auch. Ja, stimmt, ich mach die immer aus, krache nicht ab. Ha, wie heftig die Waffe ist. Die ist ja mega geil, diese SG. Die hat sowas von viel krass. Faschüsse ist sogar tot. Alter, da geht's schon wieder ab. Braucht doch los. Passt die Hand C, wie's aussieht. Ja, es läuft gerade mit dem G und der dringt nicht untertrennen. Der hat mich da auch getötet. Blendgranate! Wechsel doch, Team. Die sind ja bloß nicht immer von mir abgekratzt. Mann! Okay.